Ich hab schlechte Nachrichten, Lili, ne? Was denn? Du bist kacken. Ach, Bruder, niemals. Hör auf. Oh, mein Wasser ist schon leer, oder? Okay. Warum kann man den Cut nicht spielen? Ich glaub, du musst Ding sein. Gold 1. Okay Roach, lass auf unseren Place. Hier, okay. FNCS Team Winner. Mods macht einen verrückten Titel. FNCS mit Roat. Was ne Quote, was ist die Wette? Hilfe! Was ist die Wette gewesen? Die haben uns zum Stück Scheiße gemacht. Droppen welche mit uns? Okay. Echt? Nein, okay. Ich hab einen besseren Drop auf ne Waffe. Wo ist der? Sind die beim Turm? Ja, nein. Ich glaub schon. Ich hab keine Waffe, Bruder. Ja, gib her. Ich dropp dir. Ich dropp dir. Komm her. Hier noch gedroppt. Oben sind Minis. Oben sind Minis. Steps? Echt? Ja. Ich hol Minis. Der hat auch. Der ist da oben. Ich spotte so lange. Nur zu durch spotte. Ja. Er hat aufgebaut? Ja. Ich nehm mir Minis zwei Stück. Ich hab halt keine Waffe, sonst könnte ich... Er steht nur oben. Ich seh, warte. Er soll kicken und dann fick ich ihn. Bitte schieß. Headshot. Er ist shit. Er geht. Hinterher. Schau am Busch nach. Komm hier runter. Hier sind Dings. Warte, warte, warte. Er ist, glaub ich, komplett weggegangen. Wo ist er? Ich glaub, er ist nach oben. Komm mal her. Komm mal her. Komm mit Fässer. Na, okay. Pass auf. Er ist hier runtergegangen. Ich schluss. Er ist da hinten. Wo hinten. Mark hier. Ich hab keine Waffe. Oh mein Gott, dass er wegkommt, ist so... Er ist... Ich hab keine Waffe zum Schießen. Doch nicht, komm. Lass weiter da, wo die Feuer waren. Ja. Wir sind hier den Berg runtergegangen, ne? Ja, ja, ja. Da vorne hin. Ja. Aber lass hier rum, oder? Okay. Okay. Okay, okay. Scheiße. Ah. Warum ist der alleine gedrofft, wenn der pushen kann, ne? Ja, deswegen... Ich hatte halt keine Waffe zum Schießen. Richtig dumm. Okay, da ist annotet. Wichtig. Und richtig. Da sind auch Fässer. Wichtig. Kann du mal dieses Shot garnieren? Ich hab die... die Trommel. Ja, die möchte auch. Ich hab Grappler. Da ist noch ein Fass. Ich bräuchte jetzt mal ein Sturmgewehr, so. Auch höflich. Hier war ein Fass irgendwo. Ich hab das genutzt leider. Ja. Warte mal. Warte mal. Ähm. Okay. Auf der Brücke müsste eigentlich auch noch was sein, oder? Wir müssen... Ja, ja. Richtig. Wir können eher auf den... Hier sind noch zwei Fässer. Guck mal, ja? Guck mal. Welche haben im Zug diesen Ding aufgemacht? Sonst wäre der, glaub ich, nicht stehen geblieben, weißt du? Wir brauchen noch Heastab und Burgen, Bruder. Hier oben könnten wir rein für... Aber wir haben nicht genug Gold. Ich hab 300 Gold. Ja, okay. Dann lass mal in die Stadt. Wollen wir rechts rein? Ich hab... Ich hab Grappler. Ist da was Blaues drinnen? Ich schieß jetzt vielleicht gleich einfach, ne? Oh ne, das ist ne Kiste. Lass zusammenbleiben. Oh ne, das ist ne Madcat. Sturm. Sturmgewehr. Hier. Hier ist ne Kiste. Grappler für dich. Plus gar. Automat, kannst du was kaufen? Oh, warte mal. Hier. Hier. Gut hier. Ich hab das gemacht, dann sehen wir wo Gegner sind. Ja. Ja, ich kann zwei Videos raus. Okay. Kannst du die nehmen? Ja, hier liegt noch ein Madcat, wenn du mitnehmen kannst. Ja, ich hab ein Madcat neben mir. Wo liegt das? Ah, da. Hier ist noch ein Burges. Ja, Mann. Boah. Gegner sind da bei der Zone, ne? Wir könnten... Hier war drüben nix wirklich. Ja. Bisschen Vor-Damage bekommen. Jetzt haben wir Bezug Squad Stream machen. Ja. Mods können... Einer meiner guten Mods. Geht das? Oh, hier ist ne dicke Kiste. Sehr gut. Hast du was? Gut. Oh, was machst du hier? Keiner da. Okay. Sag mal dein Mod, der soll Einladung schicken. Einer meiner Mods kann Einladung schicken, maybe? Ja. Bleib mal bei mir. Ja, lass das nach der Runde machen, sag ich. Da unten ist noch ne Chest. Ey, die fighten welche. Wo, 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 Bruder? Bleib im Wurstand. Die hier. Ja, okay. Kannst schießen? Die zwei sind da oben. Ne, ne, hier unten sind auch ne welche. Lass auf die gehen. Aber Rojo, die... Die können ab... Du musst nur einen hitten. Bitte. 24. Und ich glaube, einer hat... Der hat sich gesplittet. Ist der eine hier unten? Schau mal. Ne. Obwohl, doch, doch, doch. Einer ist unten. Ich guck auf den oberen. Ist es ein Sniper? Deine hat hoch. Ja, oder? Ist es ein Sniper, was ich hab? Ach, fick dich Lass mal nach hinten eins Ich geh wieder eins nach hinten Ich seh dich grad schlecht Ey, hier können wir wieder richtig mit Büschen arbeiten, ne? Ich hab keinen Sturmgewehr, Moni Ich hab ein bisschen, komm, ja? Ey, hab auch auf dem Schirm, dass diese Sind das unsere Gegner, die wir kehren sollten? Grad kriegen wir gute Punkte Da hinten ist unser Kampfvorrat-Ding da Sollen wir da hin? Ja, könnten wir hin eigentlich Medaillons Wir müssen mit Büschen arbeiten Hier sind unter der Brücke, ist Kissen und so Da gegenüber ist auch noch eine Nimm du die rechte Mann, Bruder, dieser Grappler ist so buggy, ne? Rojo, wollen wir hier drauf Hier ist ein Trampo Das wir hier kurz chillen Und dann mit Trampo jederzeit Moven können Ja genau Und dann rotieren wir von da aus Mit Trampo Geht bei euch der Cup nicht? Letztes Mal ging bei uns nicht Perfekt Schau mal, die machen da vorne auf Ich könnte mir die abstauben Aber Ich weiß nicht, was los machen Wir könnten mal hochfliegen und gucken Okay, komm Ich sehe halt nichts Komm mal hier rechts Warte Die werden aber sicher nicht da sein, Bro Ja, aber wenn die kommen, stoppen sie die ab Kann sein, die sind hier im Busch Die kommen, die kommen, die kommen 3 zu 1 Da fliegen welche Hinter uns Werden die auch von uns? Bruder, ich grapple Geh nach hinten Krass Alter Ich bleibe hier im Busch Bruder Bruder Ist ja krass da, ne Braucht ein Mini Ist unnötig jetzt Medkit zu Usen No Cap Ja Alter Ist das immer so stressig Aber ist geil, wenn es competitive ist Yes Wir werden zeitig abgelaufen Wir sind hier eigentlich erstmal fein Ja Hinter uns wird Äh Ding aufgehen Sollen wir irgendwo uns in der Nähe Da einen Busch holen Und gucken, dass wir dann auch Jederzeit riften können Ähm Ja, ich sag Den Solo-Typ hätten wir am Anfang Droppen müssen, Digga Der war so free Ja Da eine läuft da lang Digga Die hacken Ich schwöre auf alles Die treffen alles Hey Bruder Sag dir was ist Bruder Ich schwöre auf alles Ich geh hinter Ja, ich geh hinter Ich weiß nicht, wer das ist Aber selten solche Hartnäckigen Bastarde gesehen Ich schwöre Wir werden Ich werde Dreh dich um Dreh dich um Dreh dich um Dreh dich um Nein Was sind das für welche? Bruder Das sind die hartnäckigsten Spasten der Welt Komm, die sind die hinter dir? Nein, bei mir sind andere Glaube ich Oder bist du das? Ja, ich bin bei dir Lass mal hier in den Busch Nein, lass mal hier in den Busch Junge, 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 Junge Alter, ein Stress, ne? Ja Ich muss kurz nach Lut schauen, Bruder No cap Bleib du drin Oder ist einer auf der Insel? Könnten den den Busch hier vorne Campen die da drin? Nee, aber wir könnten da rein Ich weiß nicht, ob da welche Hier oben, hier oben, hier oben Warte, warte, warte Warte, ich seh's In die Burg In die Burg Da ist noch ne Burg drin Warte, ich nehm schnell die Biggies Ja, um Gott, Lut Stark Wichtiger Kill Bruder, ich sage Ich sag Busch besser als diese Kacke Als, äh, Burg Weil Busch sieht man dich nicht Boah, wie hab ich den gelasert? Äh, soll ich irgendwas nehmen? Ich hab noch keinen Spot frei 30, 30 Sollen wir hinter... Hat er Er ist die Linken Er ist da hinten Komm rein Sicher? Ja Sicher, Willi Scheiß drauf Scheiß drauf Dead Okay, haben wir Ich hab alles Wir haben hier Wir können kurz chillen Und wir können dann riften Ich hab zwei Biggies mehr Ich nehm Meggie Ich hab noch ne Burg Lass weiter Wir haben nicht so viel Ja, warte, warte, Bruder Warte Ich geb mir schnell Äh, hier Ja, ich hab Wir haben übertrieben viele Minis Chill ganz kurz Und Medis Dann nimm einen Ja, nimm, nimm, nimm Hier ist noch ein Medkit Nimm den und dann gehen wir Ja, warte Ich hab zwei Biggies dabei Ich hab Medaillon, ich brauch das nicht mehr Hält mir grad auf Oder? Ja, da nicht verkehrt Ich nehm innen Will ich ne Burg jobben hier? Nein, lass Busch nehmen Wir können, wir können riften Wir können riften, Bruder Ich bin in der Zone Ach, Bruder Ich bin 1HP Wenn mich jetzt einer trifft Chill mal ganz kurz Ey, warum riften wir nicht, Bruder? Wo ist der, wo ist der Rift? Roach Roach Der ist doch hier Hier links Nehmen uns unter dem, unter dem Bogen Achso, okay, ja, komm Dann müssen wir jetzt Weil du kannst keinen Zonschaden kriegen Ach, ich hab Pump vergessen, Digga Ja Ja Ich seh's Ich seh sie nicht mehr, die Burg Die sind keine Rifts Ich hab Doch, hier waren 100% Rifts irgendwo Unter der Ach, Digga Komm auf den Zug Oder? Okay, wir können Ich bin drauf Ich bin auch drauf Will ihr ne Pump? Wo ist hier einer? Hier ist keiner Was geht, Popo? Das sind zwei Medkits Ich kann ja kein Medkit nehmen Stark Du musst raus Oh mein Gott, ich bin dead Nein, warum? In den Busch, in den Busch Oder noch ein Busch weiter Links Geh weiter links Oh mein Gott, Digga Diese Eisdinger, Mann Ich hasse es Bin drin Komm mal her Ja Hier vorne liegen auch noch welche Können wir gleich nehmen Warte Chill, hier ist einer Da liegt ne Pump Ich seh's nicht Wo liegt ne Pump? Das ist ne Pump Das ist ne Pump, glaub ich Glaubst du? Ja, die blaue da Schmeiß die mir BG her Ja, perfekt Warte, ich job schneide was Oder warte Ich höre ich was Ist da noch ein Medkit? Ne, hast du aufgehoben, alle Wie stark Soll ich das sinnlos nutzen? Ich hab vier Bogen Ich hab vier Bogen Ja, aber warum Dumm Usen Lass doch hier so vorbei Hier so Hier so Wo mein Marker ist Ja, ich sag so gerade durch Wegen Stadt und so Da wird uns keiner hinten Ja, du sagst wann Lass gehen Ja, warte noch nicht Okay, komm Da ist ein Busch Lass ihn den Busch Ich bin drin Okay, ich werf direkt ne Burg Wenn ein Dings ist, ne? Ja, Medaiof, Hiroto Komm her, nimm das mal Wirst du Blue Light voll? Ne Perfekt Geht um bis 50 Perfekt Scheißhaft Wenn wir etwas Guck auf die Medaillons Das zeigt wo die Gegner sind Bruder Ja Die sind alle hinter dem Baum Lass kurz Hier links und rechts Checken, ob keiner kennt Ja, ja Aber wir sind hier relativ gut, Bro Ich hoffe, wir haben Zonenlack Wir sind gut dabei Wir sind gut dabei Wir können hier direkt links hochgehen Und dann die Burg werfen Was sagst du? Da falten die Vor uns ist einer Im Baum Road im Baum Du hast mich gefickt Dann zieh durch Zieh durch Zieh durch Oh, du hast mich gefickt Chill, chill Dann spiel auf Placement noch, Bruder Spiel auf Placement Ja, weiter, weiter, weiter Rutsch weiter, rutsch weiter Scheiß drauf Biggie Biggie, Biggie Er ist weg hier, Bro Werfen die Front ein Ding Ne Biggie, Biggie, Biggie Nicht unnötig Wenn du, wenn du was ficken kannst Fickst du es Ja, mein Robert hat mich echt Fick ihn, pick ihn Dann pick ihn Mann, Bruder Ist leck Ich schwöre, weil es ist leck Bruder, die buggen so Links, rechts, links, rechts Egal, scheiß drauf Egal, schade, GG Egal, schade, GG Schwampen, Alter Ich kann das nicht Egal, war ne gute Runde Trotzdem Ich sag auch 50 Punkte Lass dich sehen Ey, wenn du nix mal wirfst Sag Bescheid, Bruder Du hast auf meinen Kopf geworfen Ich war da drunter Du hast gesagt Werf Burg, werf Burg Du hast hier vor Du hast vorher gesagt Bevor du hochberg Berg hochgegangen bist Werf Burg dann oben Werf schon mal Ja, ja, ja Ich hab aber gedacht Du wirfst weiter vorne Weißt du Aber du wirfst Und ich war genau da drunter Egal, war ne gute Runde trotzdem Die Legge hat wirklich gelockt 1, 2, 3, 4 Good night. Ihr habt gelobt, Schatz. Was soll ich euch sagen? F***ing sleeper, man. Ach, was ist die Wette? Aber ich sag, für erste Runde war wirklich strong. ja man hätte ja genau genau aber waren das die die auf dem baum sind die zu uns gekommen sind so hat einer deiner mord vielleicht geschickt mord ist einer da okay aber auch eine gute runde was heute von mir stellt mich vor jeder und für jede runde 48 Punkte, dann ist das Ding durch. Und dann nicht so. Ja doch. Das regt mich voll auf, dass kein Ghost oder so da ist. Muss ich tatsächlich nicht sagen. Ist Ghost bei Eli oder so? Kann ich mal eine abchecken? Was soll ich nochmal fragen? Wie viele Punkte braucht man zum Callen, Chat? Mika, ja ist. Dann schick ihn mal bitte hier rüber. Ich brauche ihn, dass er Squad Streamer macht. Mika, mein Bruderherz. Das ist die Fässer hier. Auch beim Haus sind welche, Roach? Bei mir? Ja. Sie laufen jetzt hinten rein. Ich schaff's nicht. Also ich bin voll ass. Dass ich zu dir komme, ist krank. Kann sein, dass sie direkt rüber kommen. Ich gehe unten rein, ich gehe unten rein. Ich glaube sie kommen. Ich komme hoch, ich komme hoch. Ich habe keine Waffe. Nimm die Waffe, nimm die Waffe. Minis? Komm her, nein, nein. Komm her, schieß sie. Schieß sie. Hab einen. Beide. Hundesöhne, Digga. Komm die, Spitzhacke. Boah, alter Schede. Nimm mal, nimm du mal die zwei. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Okay. Oh, Junge, Junge, Junge. Willi muss annehmen, okay? Johannes hat geschickt einen Mod von mir. Okay. Warte mal, ich probier's. Digga, einer pusht mit Spitzhacke, sind die Blöde. Ich muss kurz schützen. Okay. Warte, warte, ich probier hier grad irgendwie meinen fucking Squad Stream anzunehmen und streamen über sich. Das ist alles halt auch nicht, Digga. Ja. Wird auf sich geschossen? Nee. Aber hier unten fallen welche. Hinter mir ist einer, hinter mir ist einer. Willi komm, Willi komm. Ja, mach. Ja, verteidige. Ich bin an der Fetze. Crack! Steht, steht, steht! Mach! 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 Schmer! Okay, direkt ready, direkt ready. Fucking Mods, Dega. Hast du? Nein, Digga. So crazy. Digga, wer geht denn? Junge, hä? Das hab ich ja noch nie gesehen. Chat, guckt euch das mal an. Bruder, wer geht denn da kacken und wenn... Bruder! Das hab ich ja nur... Was ist denn das, Digga? Wer geht denn da scheißen mit... Willi, Willi, guck mal bitte meinen Stream. Warte. Bruder, wer geht denn da scheißen, wenn dem dir einer kacken ist? Bruder, guck mal. Danke. Das ist krank. Der, ja. Bruder! Bruder! Einfach Gang scheißen. Junge. Mit den Homies einfach. Das ist krank. Ähm... Wir waren, wo waren wir nochmal? Ähm... Hier, ne? Ja. Wollen wir mal direkt hier an? Ne, lass dahin, lass schon, lass oben hin. Okay. Ich geh auf Haus und du gehst auf Scheune? Oder wie rum? Ähm... Dreh den Homies abgang, richtig? Bist du das ja auf mein Dach? Ne. Okay. Ah, das warst du. Ich hab nur deine Aufschrauben dran. Okay. Komm rüber für, äh, Dings. Splasher. Ja, warte, komm mal. Ich nehm noch das mit. Ich hab Minis. Zwei Stück. Oh, sorry, ich hab einen genommen. Hast du gesehen. Komm hier. Nimm, warte doch. Gib mal den Mini. Na egal, jetzt. Komm. Ich check's nicht, was du wolltest. Komm, den Bibi. Nimm, du die Trommel hier. Nimm, du die Trommel hier. Das war direkt weiter da runter, wo und gucken wir, welche sind. Und hier wird einer gebootet. Digga, ist so laggy-chat, ne? Merkt ihr das? Das ist so krass. Ah, da ist keiner gedroppt, richtig. Da ist noch ein BG. Okay. Aber hier sind noch Fässer. Hier sind noch mal Minis. Hier ist noch eine Trommel, Roach. Woher? Ne, doch nicht. Pardon. Außen ist noch ein Biggie, wenn du den nehmen kannst. Ja. Step, 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 step. Hier, hier, hier vorne, hier vorne. Wir könnten ihn ficken. Einer? Genau auf meinem Marker, genau auf meinem Marker da. Pass auf, der ist direkt dahinter, der piekt auch. Kommen wir hier rechts rum? Hier unten. Hier unten. Da ist hier unten. Hier, hier, hier. Pass ihn. Retro? Fick ihn, fpielte, bitte, Roach. Jaaaa. wvvvv crazy w crazy 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 medcat hubsaver w ist in der chat für roach für roach ok minis hast du bg noch ja hier ist ein bg ich muss nach dieser so wenn wir zum automaten gehen in die richtung wir haben halt keine grabber wieder ne aber lass uns den gleichen weg gehen hast du ein turtle skin jetzt hier ist jetzt kein pass hier auf wir müssen hier ich wusste bei dir im Bus ich wusste bei dir im Bus mein gott bruder das ist so krass man wir kennen im Bus geh weg geh weg ich wusste ab die Burensöhne ich komm hinter dir Burensöhne wie kann man gehen geh direkt weiter ja mach glaubst du ich kann scheißen ja mach glaubt ihr die bleiben bis zum ende ich sag auch ich sag das das was wir da angetroffen haben ist Dreck ich geh auch pinkeln ich auch haben wir Hände nicht gewaschen, okay. Wie lange glaubt ihr, brauche ich da hin, wie Thomas Müller? Wann sollte ich gehen, sagt ihr? Bei 50 Sekunden. Was machst du, Silvester, ich weiß nicht, sollen wir was machen, Bruder? Kommt vorat. Okay. 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 Wie viele Kilometer läufst du immer, so 100? Also ich sag, die werden im selben Busch, die ganze Campen. Ich sag auch. Ich sag, wir haben, ich sag auch. Ich geh rechts vorm Steinroth. Sind da Steps? 20 Sekunden noch. Soll ich reinsprayen? Die sind aber so schlecht, das ist ja unfassbar. Abschaum, abschaum, abschaum. Das ist so krass. Dickster Abschaum, den es gibt. Die sind doch noch so schlichte Menschen. Ben, der Glenda, einmal bitte bannen. Das ist so krass, Dicker. Timo, nicht bannen Wasser. Bruder, das ist wirklich krass. Bruder, ich komm immer noch nicht auf den hier klar, Chat, ne? Ich komm immer noch nicht auf diese Toilette hier klar. Stell dir mal vor, du willst einfach scheißen, du gehst so auf, du gehst so, du gehst so auf Klo, du denkst dir nichts böse, auf einmal sitzt sich einfach jemand neben dich. Das ist crazy. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so krass. oder was, ein Abschaum,Digker. Ich hab gar keinen Bock auf den Fitness. Ich auf Scheune, du auf Haus? Ja, ich bin auf Haus. Okay. Hier, dich einfach komm... Okay. Ich hör dich nicht, weißt du was sagst. Achso, ich war gemütet. Ich hab Burgen. Ja, jetzt hör ich dich. Ich mach eine R hier für dich. Hörbeine. Fuckin sleeper man. Aktien. Kommst du rüber? Ja. Ich bin abgeschossen. Komm. Ehrlich? Ja. Von wen und von was? Ich weiß nicht, von irgendwo drüben. Dann scheiß mal drauf. Von wo ungefähr? Weit oder nach? Ein bisschen weiter. Von da irgendwo. Schau aus dem Fenster. Wenn das ist, lass oben, ganz oben hingehen, hier verstecken, die reinkommen lassen und weglasern. Wenn die kommen. Boah. Von wo hat der geschossen, Digga? Kann auch sein vom Zug einfach. Ja. Du sagst weiter? Ja. Aber lass diesmal oben rum gehen. Über die Brücke. Komm mal mit. Und dann seien wir uns runter. Die im Bus fucken mich immer noch ab, ne? Das ist anlooted. Das ist gut. Das füge ich schon mal runter. Hier ist noch eine Scar. Hier ist noch ein Fass. Ich nehme das jetzt einfach. Hier ist noch ein WG. Schnell nehmen. Oben ist noch ein Medkit auf dem Dach. Auf dem Dach. Hier bei mir. Kannst du das nehmen? Das ist ein Medkit? Ja. Ja. Komm mal. Hier. 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 Stark. Hier. 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 Rappler und zwei Burgen, dann können wir chillen. Okay, lass mal zusammen rechts rum, bitte jetzt. Ja, ja, ja. Ich spraye das in den Busch rein, ja? Ja, das kommt rechts rein. In den Busch rein sprayen? Ja. Okay. Minis, kannst du mitnehmen? Nee, ich hab Biggys, ich würd auch... Kannst du Biggys auch noch kaufen? Ich hab Trommel sowieso. Kannst du Biggys kaufen? Ich hab 50 Gold. Ich hab auch Arsch. Hier ist andere, die Leute. Graveler wär so Bigg. Sechs Minis. Okay. Trotz, zusammenbleiben, zusammenbleiben. Munition, was sagt bei dir? 300. Wie hast du? Oh, und... 200. Ne, du ist Arsch. Die Volt ist besser, glaub ich. Für den Rotpunkt, oder? Du wolltest mit Visier ist besser. Hat Reason mir gesagt. Egal, was für ein Visier. Ne, das nicht, das weiß ich nicht. Es gibt so ein Visier, das ist so Arsch. Ja. Wenn wir Gold hätten, könnten wir Biggys kaufen. Das ist nicht der Fall. So. Sollen wir nochmal hier hoch? Wo? Äh, wie immer. Du bist voll weit weg. Hier sind noch paar Kisten. Hier sind noch paar Kisten. Okay. Hier zum Beispiel eine Box. Kannst du mitnehmen? Ja. Oder musst du uns einen mitgedroppen? Ne, ne, ich kann. Hier ist einer bei mir? Wir sind im Busch, da wo Dings war. Ja? Ich nehm es mit und geh. Dann komm her, komm her runter, komm her runter. Komm her, komm her. Nimm du die Kiste. Komm her, komm her, komm her. Lass hier weiter rotieren. Gut. Lass hier im Busch. Schön, schön wie hier. Ich hab vier Bogen, ein Biggys. Warum sind die? Süß nie. Süß nie. Süß die Bastarde. Sniper wär jetzt so krank. Boah, wenn er hier runter geht, ficken wir ihn, ne? Der eine ist da auf meinen Marker rechts gegangen. Also hier ist es ja. Ja, guck mal, der kommt jetzt hier runter. Wartet mal, warte mal, warte mal. Wenn er hier irgendwo... Hier ist der eine. Warte, Roach, warte. Ja, ja, pf. Boah, warte. Drei, zwei, eins. Zwei, eins. Ich hab die 70. 24. Dieses Visier ist so arsch. Das ist so krass, dass wir uns im Busch treffen. Der eine ist krank. Schieß auf den oberen. Wir könnten ihn links pushen. Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Den hab ich gut gelasert. Okay, der geht hoch. Und wir hinterher? Nee, chill, 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 chill. Diese Mid-Fights sind... Ja, Mid-Fights sind... Wir move'n auch weiter. Mid-Fights sind die krass dummsten, die es gibt. Lass uns nach hinten hier move'n, komm. Der ist Zweifer? Ja, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ja. Alter, guck dir das an. Soll ich ne Burg da drauf hauen? Ja. Das machen. Hau ne Burg rauf. Aber in die Richtung. In die Richtung, die Burg. Komm, wir runter. Komm, wir müssen weg. Sie haben Sniper, Sie haben Sniper. Komm hoch. Kannst du uns nach hinten weg, hier? Geh du... Ich geh als erst... Äh, äh... Ich schieß, du gehst. Okay. Und los. Schieß, du gehst jetzt mal bitte für mich. Ich hol noch den Grappler, ja? Ne. Ich move. Schieß, 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 bro, bro, schieß. Ach, du scheiße, ey. Ich bin on it, spiel. Wir haben ne Sniper. Ich bin on it, spiel. Du musst mir sagen, wann ich move. Kannst du mini Biggie runterwerfen? Minis? Irgendwas hier, in meine Runde, in meine Richtung. Ich move, du schieß, 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 schieß. Perfekten Engel, lass hier hinten weg, hier hinten weg, komm. Runden, unten, unten. Weil mir leckt, äh, hängt. Da vorn ist Trempo. Hab. Ist das nicht her? Okay, gut. Hab wieder eins. In die Chests hier recht mit. Ja, ich geh schon mal Richtung vor. Digga, dass man so langsam ist, nervt, so heftig ist, Mann. Warum sprint ich der Bastard nicht? War das schon wieder stressig, Digga. Junge, was geht hier ab, Chat? Aber ich finde, wir machen es relativ gut, Digga. Ich hab keine Pump, I know. Sag mir nicht, auf dich wird geschossen. Nein, nein, gut, okay. Soll ich die mit dem Visier nehmen oder die Liederne ohne Visier? Fragst du mich? Bitte Grappler, bitte Grappler. Ja, kein Grappler. Wolltest du dich? Ich hab. Ich bin, ah, fuck, gut. Ohne? Dann Busch, die Deutsche. Ja. Bleib erstmal hier drin. Ja. Und wir machen hinter uns dann auf und können Ding. Ah, verzeih. Äh, können. Ne mit Visier, eine Schreie mit Visier, okay. Ah! Oh. Ah! Da war ein Grappler? War da ein Grappler? Pass auf, die sehen dich von hier. Warte. Ne. Okay. Ich glaub, deine Waffe schaut durch, Bro. Road. Ja. Geh mal ein bisschen nach links. Ah, ne. Kann ich nicht, sonst. Ich guck gerade um die Ecke. Beziehungsweise ich schiehl um die Ecke. Kann ich das aufbauen? Ne. Ne. Okay, der Ambush. Aha. Mhm. Da eine moved. Ist selbst bei uns, Bruder. Warte, ich sag dir, wenn sie hochkommen. Der ist jetzt im Wasser. Warte. Kann sein. Nein, nein, nein. Warte. Gucken, ob die den langen Weg gehen. Den Tunnel. Die sind jetzt in dem Haus da vorne, wo ich drin war. Ja, die laufen hinten. Die sind. Wir könnten hinten da ran abknallen. Auf, warte. Ja. Sag. Nein, nein, nein. Lass nicht, lass nicht. Ja, okay. Gut. Okay, scheiß auf. Okay, wir sind fein. Boah. Ja, wir sind hier fein. Wir haben noch ein Champo. Mit wie vielen Punkten qualifiziert man sich, Chad? Das freie ich mich. Guck mal, wir machen so viele Punkte gerade. Wirklich 200? 150? Also, ist das true? Wie viel ist das? 200. 200 irgendwas. Wir brauchen einen Busch, Bruder, ne? Das ist dir bewusst. Hier sind Gegner und hier sind auch noch Gegner. Vom Medaillon. Wir müssen eigentlich gehen, weil wir voll in der Mitte sind. Sollen wir Champo? Ja. Wo ist ein Busch? Rechts vor mir Gegner? Ja, das geht nicht. Krass, dass er auf mich schießt. Ich schwöre auf alles. Ich gehe auf die Insel hier. Ich komme da nicht hoch. Wir sind hier halt fucked, wenn die halt einmal raufschießen, ne? Ja, ja. Wir müssen gleich gucken. Hier drüber. Wir müssen hier rüben hin. Rutsch. Oder hier hin. Eins vom Bein. Aber ich sage, hier hin. Weil vor uns sind in der Stadt diese Medaillons. Dann kommen wir los. So, move. Ich bin wehen. Steppst von mir? Von uns? Komm, vielleicht nicht. Keine Steps, keine Steps, keine Steps. Hier waren welche. Hinter, hinterher fliegt einer. Ich bin wegen. Der fliegt. Warte. Siehst du ihn? Der ist in der Insel. Alleine. Der ist alleine. Der ist in dem Busch, wo wir waren, oder? Ja, ja, ich weiß. Der ist in unserem Busch. Aber das wäre, glaube ich, jetzt stupid. Ja, ja. Das wäre jetzt stupid. Da, ne, der zweite kommt gerade. Von dem. Bis zum nächsten Mal. Wir haben ein paar Mal. ئcHO giving. Wir haben. Tschüss. Vielen Dank.